Zum Grazia Best Inspiration Award in Berlin strahlten die Prominenten auf dem roten Teppich. An diesem Abend drehte sich alles um die Kraft der Inspiration. Grund genug also einmal nachzufragen, wodurch lassen sich die Promis am liebsten inspirieren? Jennifer Lawrence ist zum Beispiel jemand, der so übersprudelt und so natürlich ist, dass ich sie auf jeden Fall als Inspiration empfinde. Oder auch einfach tolle junge Schauspieler in Amerika wie Emma Stone, die einfach toll sind und sich irgendwie ihren Weg durchboxen. Also meine Mutter ist tatsächlich für mich eine ganz, ganz große Inspiration, weil so wie sie uns Kinder erzogen hat und den Weg, den sie uns vorgelebt hat, das ist für mich tatsächlich sehr erstaunlich und das finde ich sehr bemerkenswert. Wenn es natürlich um andere Dinge geht wie Fashion oder so, sind natürlich Blogs total toll oder auch Pinterest oder Instagram. Also für mich sind auf jeden Fall starke Frauen sehr inspirierend und Frauen mit viel Selbstbewusstsein und Frauen, die sozusagen ihren Sinn durchbekommen. Und es gibt auf jeden Fall viele Frauen, woran ich mich orientiere oder von denen ich lerne, vielleicht auch mal Nein zu sagen oder meine Meinung zu sagen, wo ich früher vielleicht eher geschluckt hätte und das sozusagen geschehen lassen habe. Genau, da habe ich schon das Gefühl, dass ich durch einige starke, inspirierende Frauen etwas selbstbewusster geworden bin. Da hoffen wir mal auf weiterhin gut inspirierte Promis.